Das ist Porter. Porter ist eine Dampflok, die zusammen mit Salty im Hafen von Brandon arbeitet. Porter hat drei Dome auf dem Dampfkessel, einen Dampfdom und zwei Sandkästen. Als Porter zuerst in Sodor ankam, glaubte Salty, er sollte ihn ersetzen. Aber als Salty in Schwierigkeiten steckte, schaffte es der mutige Porter, ihn zu retten. Heute arbeiten Porter und Salty gemeinsam im Hafen. Deshalb ist er eine wirklich nützliche Lok.